Yo, Bats! Willkommen zu einer neuen Folge von... The Amazing Facts Sex Facts Der Sexualforscher Alfred Kinsey konnte sich eine Zahnbürste in seinen Penis schieben. Mit der borstigen Seite zuerst. Ein einzelner Mann kann in zwei Wochen so viele Spermien produzieren, um jede einzelne Frau zu schwängeln. Auf der ganzen Welt. Der Gründer der Partnervermittlungsseite Match.com verlor seine Frau an einen Kerl, den sie auf Match.com kennengelernt hat. Jährlich sterben 500 bis 1000 Menschen bei der Masturbation. Im Vergleich dazu ist die Mordrate in New York genauso hoch. Etwas ganz Skurriles und auch Tauriges haben wir in Bonobo gefunden. Zu aller Ernst werden die Orang-Utans dort kalt rasiert, dressiert und danach auch geschminkt und dann als Sexklaven an Europäer verkauft. Überlege dir gut, ob du nach Florida reisen willst. Dort darfst du nämlich nicht die Möpse deiner Frau küssen. Und ihr dürft euch nicht nach dem Kamasutrali. Und du darfst dort auch nicht mit Stachelschwein sexuell verkehren. Leider. Das ist halt vorbei. In Bakersfield, Kalifornien, dürft ihr zwar Sex mit Satan haben, aber ihr müsst dabei ein Kondom benutzen. In der kolumbianischen Stadt Kali ist Sex vor der Ehe verboten. Beim ersten Mal muss die Mutter der Frau im Raum sein. Und wenn nötig helfen, ansonsten anfeuern und applaudieren. Du bist ganz große Klasse. Ganz großes Kino. Wo ist mein Welcher? Uruguay. Wenn der Ehemann seine Frau in flagranti beim Fremdgehen erwischt, darf er sie und ihren Liebhaber umbringen. Oder der Frau die Nase abschneiden und den Liebhaber kastrieren. Die schwarze Witwe frisst ihren zu klein geratenen Partner beim oder nach dem Sex auf. Das kann sie bis zu 20 Mal am Tag machen. So, Bats. Wir hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß mit unserem neuen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns das zeigen mit einem Daumen nach hoch. Was kennt ihr noch für coole Sex-Facts? Schreibt es in die Kommentare. Hier kommt ihr zu unserem Trick-Shots-Video. Und hier kommt ihr zu den 12 Arten von Sportlern. So, dann sehen wir uns entweder am nächsten Dienstag wieder. Oder am nächsten Freitag, wenn es wieder heißt, hab bloß keinen Sex mit Stapelspeinen. Oink, 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 oink. Was machen sie Stapelspeinen? Weiß ich nicht. Jetzt kommt wieder. Oink, 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 oink. Wie ist es bitte? Wie ist es, liebe anfangen he nossos fighten? Alle Schirgrä обнаружieren was uns aberuspr Tensorbaus الي das heißt, kommt einaltieslager und Humansist – Totten, sunshine gibt es, Wir hoffen, wir können drei Bora ebenfalls ber salutieren. Auf Wiedersehen aufジ вокalausendeUDடme … Bis zum nächsten Mal aus. Bis zum nächsten Mal Tick sind.